Als Beratungs- und Trainingsinstitut ist es uns wichtig, mit wissenschaftlich fundierten, systemischen Lösungsansätzen zu arbeiten. Dabei sichern wir einen gelungenen Praxistransfer und die nachhaltige Wirksamkeit unseres Vorgehens. NOESIS steht für Transformationsprozesse in Organisationen, Führungskräfteentwicklung, Team-Coaching und individuelles Business-Coaching. Ich habe NOESIS vor über 20 Jahren gegründet. Für mich war es schon immer eine Herzensangelegenheit, die Erkenntnisse der Psychologie und der Neurowissenschaften in der Praxis nutzbar zu machen. Sowohl in der Führungsarbeit, als auch im Coaching, als auch in der Transformationsbegleitung. Ich habe aber nicht nur trainiert, praktiziert und erforscht, ich habe auch dazu veröffentlicht. In meiner Arbeit als Beraterin, systemischer Coach und Mediatorin supporte ich Führungskräfte und Teams aller Hierarchie-Ebenen. Vom Weltmarktführer im Mittelstand und Großkonzern bis hin zum IT-Startup. Dabei hilft mir meine langjährige Erfahrung als Führungskraft, die Methoden und Tools für unterschiedliche Generationen und Kulturen nutzbar zu machen. Mir als Psychologin ist es total wichtig, mit wissenschaftlich fundierten und nachhaltigen Methoden und Modellen zu arbeiten. Genau das ist unsere Kompetenz bei NOESIS. Wir machen dieses Wissen in der Praxis erlebbar für den Kunden und kreieren dadurch einen Mehrwert. Ich schaffe gemeinsam mit unserem Team bei NOESIS Raum, um Ressourcen zu entdecken. In Systemen, in Unternehmen und auch in Teams. Und so treiben wir gemeinsam Entwicklung voran. Die Unterschiedlichkeit, mit der Organisationen, Teams und Individuen an ihre Herausforderungen rangehen, fasziniert mich. Als Ökonomin und systemischer Coach begleite ich unsere Kunden dabei, ihre Potenziale und ihre Ressourcen zu nutzen und in ihrem Umfeld wirksam zu werden. Vom Agile Development Center bis hin zu hybriden Großgruppenveranstaltungen. Unsere KundInnen schenken uns das Vertrauen dafür, mit den innovativsten Themen und Konzepten voranzugehen. Dieser kreative Freiraum inspiriert mich sehr. Hier habe ich die Möglichkeit, meine digitalen Kompetenzen mit meinem Wissen als Psychologin zu verbinden. Ein High-Performance-Team zu formen, bedeutet, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Wenn individuelle Interessen, unterschiedliche Fachlichkeiten und Erfahrungshintergründe optimal zusammenspielen, wird dieser Mehrwert erzeugt. Genau darauf zielen wir, gemeinsam mit unseren Auftraggebern. Denn wer versteht, Unterschiedlichkeit nutzbar zu machen, wird nicht nur mehr Spaß und Motivation bei der Arbeit haben, sondern auch nachhaltig erfolgreich sein. Frisch aus der Uni, rein in das Arbeitsleben. Mit Nuesis mache ich meinen ersten Schritt in die Arbeitswelt. Dabei möchte ich die aktuellen Erkenntnisse aus der Wissenschaft auf den Prüfstein der Praxis stellen und sehen, was Mehrwert stiftet. Durch die Anwendung meines Wissens aus der Forschung kann ich Teams und Organisationen Entwicklungsimpulse geben und sie dazu inspirieren, neue Perspektiven zu entwickeln. Ich bin Werkstudentin bei Nuesis. Nebenher schaue ich meine Bachelorarbeit der Wirtschaftspsychologie zum Thema psychologische Sicherheit. Denn meine Arbeit motiviert mich, wissenschaftliche Erkenntnisse nutzbar zu machen, um Teams ein optimales Zusammenwirken zu ermöglichen. Ob Terminplanung, Angebot oder Abrechnung, dies alles ist bei mir in den besten Händen. Ich freue mich auf jedes neue Gespräch. Denn Wissen ist definitiv eins der wenigen Dinge, die mehr werden, wenn man sie teilt.